Hallo Shisha-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. So, ähm, wo waren wir letztens stehen geblieben? Ach ja, wir haben so einen kleinen Auftrag gemacht und eine Katakombe hochgenommen. Äh, was ist das? Assassin Feste. Okay. Äh, jetzt müssen wir zum nächsten Auftrag hin. Der ist da hinten. Ach, du liebes, was ist das denn? Templerfeste. Okay. Ah, halt, Karte. Genau, wo haben wir hier, ist das so ein Schnellreise-Ding? Ne, das ist das Hauptquartier. Ähm, wir hatten auch irgendwo, ach ja. Genau, die Dinger waren das. Tunneleingang, da muss ich hin. Okay. Oh, da haben wir eine Kiste. Ach was. Aufschlaghülse, Aufschlaghülse voll. Das ist aber schön. Ach so, ich dachte schon, hä, sind das Sterne? Ne, das sind Möven. Hör mal Möven, Alter. Hey, psst, psst, psst. Plums. So. Taba, haben wir Kohle. Okay, dann gehen wir mal los zum nächsten Auftrag. Ich bin gespannt, was der nächste Auftrag sein wird. Kommen wir da mal runter? Ja. Eben abrollen. Hui. Uah. Ey, vor Gott sei Dank, halt dich fest mal vor. Autsch. Die tapferen Byzantinen, ja, am Arsch mal vorhin, hier. Schmeckt mein Messer mal vorhin. Das Töten muss enden. Wir, die stolzen Bürger von Istanbul, müssen uns mit den Byzantinern verbinden, um diese Narrenerbande auszupassen. Uah. Äh, ups. Ach, ne Räuscherschale ist das, okay. Hier, hör mal. So. Jetzt erzählt sie was anderes. Okay, wo wollte ich hin? Mist. Hat er nicht gekriegt. Schade. Ist das nicht gefährlich? Nö, nö. Das ist doch nicht gefährlich. So. Huch. Ja, Entschuldigung. Äh, da ist der Tunneleingang. Alles klar. Bäh. Effio, was tust du da? Tüdelü. Huch. Da rein. Dunkel zum Etergieren. Und, äh, da unten. Ach ja. Arkadius. Da müssen wir hin. Das ist doch gut. So, jetzt haben wir ein bisschen Ladezeit. Ähm, ich kann jetzt nicht so lange aufnehmen. Ich, äh, glaube ich mach nur, vielleicht so ungefähr ein halbes Stündchen. Okay. Eine bessere und zu, be, be, zukunft und bessere Zukunft, ne? Und so. Konstantinisches Reich, ja. Kontrollierte Feste, ja. Okay. Äh. Oh, Verzeihung, guter Mann. Äh. Irgendwann ist die Katzen. So. Was, was, was ist denn, was für ein Zeichen da? So ein Geheimbund, oder was? Interagieren. Huch. Ach, warte. Ach, die Roma. Okay. Du kannst einen guten Handstand. Er spielt mit Feuern rum, und, ja. Sehr schönes Taktgefühl, mein Freund. Ach, der liebes Bisschen. Okay. Dann sprechen wir mal mit der Dame. Ich sage fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Efendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret. Wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Sehen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Okay. Gruppe byzantinischer. Templer hat die Truhe. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Hm. Okay, wir haben ja Giftpfeile. Das sollte also klappen. Können wir da irgendwie... Ah ja, durch die Dächer. Über die Dächer wahrscheinlich. Hm. Interessant. So, tot. Hüpf. So. Okay, wo ist denn... Was? Oh, ui. Ach du Scheiße. Gesundheit niedrig. Schlitz. Okay. Alter, die... Die sind ja nervig. Alter, willst du mich verarschen hier? Oh, direkt mal solche Menschen. Männer, wir werden nur noch sehen. Boah. Mein Fass. Ach du... Wo schießen die denn alle? Schneller. Schmeller. Guck los. Hab mich dich. Na, wo ist... Wo ist der Hauptmann, hey? Au. Noch einer. Oh. Willst du mich flachsen? Schlitz. So. Äh. Ii, was war das denn? Wir stehen euch bei, freut. Okay. Wir labern da im Hintergrund. Hallo? Äh. Kainfußbombe, Rauchköderbombe. Oder? Warum kann ich nicht irgendwie normale Rauchbombe machen? Was soll denn der Mist sein? Kontergif. Oh. Alter. Riech mich eben auf hier. Alter. Alter. Und tot. Scheiße. Und wir waren... Alter. Ist das Schokolade. Ich... Ich... Riech mich gar ein bisschen auf. Nochmal. Ne. Ach. Mal gucken. Vielleicht gehen wir das auch anders hin. Nicht gleich über die Dächer. Boah. Ist das... Karke. Typ. Ich... Typ. Oh, Leute. Lass mich doch... Lass mich doch unruhen. Oh. 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 ja komm okay was war das denn was was so am arsch mein freund ich habe keine medizin und kater gehen runter ich habe keine medizin mich zu heilen scheiße jetzt ja okay ist ja gut wenn es darauf ankommt haben sie doch wieder ein bisschen schiss ja verzeihung wo muss ich denn dahin oh halt die fresse entschuldigung aber hallo richter mich gerade ein bisschen auf ja man die typen sind ja überall okay wo hier roma anheuern okay ja so wo muss ich hin ach die laufen von selber oder was gut dann mache ich eben auf gefeilen sind das welche folgende oder was oder wie moment da will ich jetzt mal eben gucken äh gruppe pyzantinische okay so ich bin in der roma gruppe also hatte ich recht die neue bei despuina kommt aus polen oder land groß hübsch und man versteht kein okay äh muss ich die da jetzt alle vergiften oder nur einen wollte dir irgendetwas aus der gießerei retten bevor sie sie geplündet haben äh ich verstehe ich gerade nicht ach ich glaube das sind die oder ob das wahnsinn oder besessen er wird noch jemanden verletzt was ist los ist der krank wir müssen weiter nein ah unbemerkt verfolgen äh okay ups man so noch mal neu scheiße bisschen schneller mädels und war geil die stand in der schusslinie warum nicht hä 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 was ach so ich okay ich habe nur einen vergiftet jetzt muss ich die alle verfolgen sag mir das doch ne Sau unbemerkt wache verfolgen welche die Truhe trägt okay die damen sehen noch fast alle gleich aus oh ist das warm hier ich schwitze mich gar fast halb tot oh ui 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 auch getrennt dadurch brennt das ein bisschen wunderschön man ist da so am Augenklimpern und auch immer so ah so ist das was zum Teufel geht hier vor äh mir ist so schwindlig äh und tot es ist der Fluch der Fluch hütet euch vor dem Groove wer das kennt ok pium ach die tanzen auch es muss eine neue steuer ich war ihm nach dann sehen wir uns später mhm Truhe Truhe zurückholen Objekt aufheben yay die alten Tricks sind immer die besten seid vorsichtig Ezio es heisst die Truhe sei verflucht upsala hier lang und bleibt wachsam jo ist doch immer kennt ihr den Begriff ägyptier kenn ich sie wusstet ihr dass das wort aus der irrigen annahme entstand mein volk käme aus ägypten findet ihr das beleidigend ach ich finde es lustig mein volk stand aus dem osten persiens und darüber hinaus und doch wurden wir zu einwohnern eines landes gemacht das wir nie sahen die menschen urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam menschen sind dumm manchmal Ezio die einfachste antwort ist doch meist die beste tja manchmal stimmt das sogar menschen können dumm sein einige sind schlau einige stellen es gut an aber viele da stellt sich bei mir oft auch die frage so gibt es intelligentes leben ihr solltet das zählen sicherstellen dass nichts fehlt ihr habt unseren dank Ezio und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen egal was egal wann gut zu wissen wenn ich sagen wir Geld leihen möchte komme ich zu euch ok sehr nett die damen sehr nett was ist das denn ach da kann ich aufträge erstellen ja hier ok dann gehen wir mal raus und 18 minuten ich glaube ich beende die folge hier erstmal ich mache mal so einen kleinen cut und dann machen wir später weiter machen wir später weiter ach das sind scharfschützen sieh mal an sieh mal an vielleicht mache ich das demnächst mal ja ich bin ausgebrochen mir geht es nicht gut alles klar gut liebe leute opsala ich werde mich von hier erstmal verabschieden vielen dank fürs zuschauen auch wenn es jetzt im moment eine relativ kurze folge war falls euch die folge ein bisschen was gefallen hat würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen oder ihr schreibt mir in den Kommentaren was euch gefallen hat oder was nicht und äh ja ich würde sagen bis zum nächsten mal ciao ciao euer Kerry hey aus kackt er wieder ab schlimm ey ok beenden ja